Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ein neues Update in Call of the Wild rausgekommen und ein neues Waffen-DLC. Das wollen wir uns heute mal gemeinsam ein bisschen genauer angucken. Ich werde ein bisschen auf die einzelnen Waffen eingehen, werde diese testen. Werde aber am Anfang auch generell ein paar Sätze zu dem neuen Update sagen, was es da so Neues gibt. Lasst uns also gerne rein starten. Ich bin im Yukon Valley unterwegs und als allererstes so das Größte am neuen Update ist sicherlich die Anpassung einiger Tierklassen. Ich blende euch hier mal eine Liste ein. Da seht ihr ganz gut, welche Tierarten von welchen Klassen entweder auf- oder abgestuft werden. Pausiert das Video gerne einmal kurz, wenn ihr euch das genauer anschauen wollt. Zusätzlich natürlich eine wichtige Info, gerade für die Leute, die vielleicht noch auf dem Schwarzbär-Grade-One warten, so wie ich persönlich auch. Ich habe den Grind noch gar nicht angefangen, denn beim Schwarzbär wurden die Trinkzeiten angepasst. Der trinkt jetzt nicht mehr mitten in der Nacht, sondern eher am frühen Morgen. Ich bin selber sehr gespannt, was das für Auswirkungen auf den Grind hat. Da ich selber damit noch nicht angefangen habe, kann ich es natürlich nicht von meiner Position aus sagen, aber ich bin gespannt auf die ersten Stimmen dazu. Wenn ihr das selber schon ausgetestet habt, jetzt wo das Update schon ein bisschen draußen ist, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten noch viele, viele Kleinigkeiten, die mit dem Update kamen. Ihr könnt jetzt euer Fernglas zum Beispiel customisen. Ihr seht es hier, meins ist schon customised. Das könnt ihr jetzt ganz normal, wie mit den Waffen auch, euch anpassen, farblich, mit Tarnfarben etc., wie ihr das auch gerne haben möchtet. Ein kleines Zusatzgimmick also. Dazu wurden auch die Revolver überarbeitet. Das heißt, die Revolver haben jetzt die Möglichkeit, vor allem eine Schnellladefunktion zu nutzen. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr die Revolver öfter nutzt und hier ein paar Schüsse abgebt oder auch nur einen Schuss abgebt und dann nachgeladen habt. Dann wurde immer das komplette Magazin neu geladen mit einzelnen Patronen. Und jetzt habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, wenn ich jetzt auf Nachladen klicke, dann werden komplett alle sechs Patronen direkt mit einem Schnelllader, mit einer Schnellladefunktion ausgetauscht. Ziemlich, ziemlich nice, finde ich. Achso, und der Focoso-Revolver wurde auch optisch überarbeitet. Seht ihr hier nochmal? Ich finde, der sieht jetzt richtig, richtig nice aus. Der war vorher ja einfach matt-schwarz und sieht jetzt, finde ich, echt ein bisschen nobler aus. Aber das sind nur so die großen Punkte. Es gibt natürlich auch noch zahlreiche Patchnotes, die mit dem Update kamen. Lest euch die gerne durch, aber was natürlich auch rausgekommen ist, ist das neue High Caliber Weapon Pack mit drei richtig knallharten Waffen. Da haben wir zum einen die Jörnberg Pistol, eine Einzelschusspistole mit dem Kaliber 45-70, also keinem neuen Kaliber, auch einem, was es schon gibt in dem Game. Mit einer effektiven Schussweite von 75 Metern und den empfohlenen Klassen 4 bis 9. Heißt, hier kann man durchaus Gas geben mit. Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal austesten. Dann gibt es auch noch eine Flinte dazu, und zwar die Strandberg. Auch wieder eine Flinte mit mehreren Klassen, die bedient werden, und zwar entweder mit der Klasse 1, wenn ihr die Kaliber 10 Plastikgeschosse nehmt, oder wenn ihr die Riposten oder das Vogelschrot reinpackt, habt ihr sogar Klasse 4 bis 7 oder Klasse 6 bis 9, je nachdem wie ihr wollt. Eine effektive Schussweite hat das Ding von 50 Metern. Und ich habe gesehen, da vorne sitzen ein paar Enten. Vielleicht testen wir das Ganze gleich mal direkt aus. Aber vorher kommen wir natürlich noch zu dem eigentlichen, wahrscheinlichen Highlight in diesem Pack. Nämlich der 300er, der Arziner. Ich glaube, viele von euch haben sich auf diese Waffe am meisten gefreut. Ich persönlich nicht ganz so doll, weil ich diese Optik der Waffe nicht so geil finde in einem Jagdgame. Ich bin auch kein Freund von den Sasa-Waffen. Die sind ziemlich nice, was die Performance angeht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese neue 300er auch das Top-Level sein wird für Klasse 7 bis 9 Tiere. Aber nichtsdestotrotz, optisch gefällt sie mir leider nicht ganz so gut. Dennoch, gerade schon gesagt, Klasse 7 bis 9, effektive Schussweite, 150 Meter und vor allem halbautomatisch. Das kann ein richtiger Knaller werden, werden wir gleich auf jeden Fall bei den Bisons nochmal austesten. Und jetzt gucken wir aber mal eben, ob die hier eine Ente mit der Strandberg killen können. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Waffe ihr am coolsten findet. Habt ihr sie schon getestet? Wollt ihr sie noch testen? Findet ihr das Weapon-Pack vielleicht gar nicht gut? Findet ihr es mega cool? Lasst es mich gerne wissen, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, wir sind schon mal so auf 90, 100 Meter ran hier. Wir haben eine Nullung bei der Strandberg bis auf 75 Meter. Und ich glaube, ich habe auch ein Visier dabei. Ich gucke mal eben. Jo. Ich habe auch das Flintenvisier dabei. Können wir also auch nutzen. Ich bin mal gespannt. Das Vogelschrot ist drin. Wenn wir jetzt hier gleich mal auf 75 Meter gehen, werden wir es mal austesten. Vielleicht nehmen wir direkt mal die Ente hier. Holen wir mal die Flinte raus und gucken mal. Boom! Wow, wo ist die Ente? Ist sie weggeflogen oder haben wir sie zerfetzt? Okay, getroffen habe ich sie? Oh nein, wo ist die Ente? Ich glaube, sie ist kaputt. Okay, da hinten warten auch schon die Bisons auf uns. Da werden wir gleich auch mal gucken. Aber hä, wo ist denn jetzt diese Ente? Ich bin ernsthaft irritiert. Ach, die liegt da vorne am Ufer. Okay. Okay, die ist nicht in unsere Richtung geschwommen, sondern die ist einfach nach links getrieben. So, hier ist die Ente. Dunkelgrau, Gold. Jo. Schönes Ding. 70 Meter. Passt. Ähm, starten wir jetzt direkt hier mit der 300er. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Flinte oder machen mit der Flinte weiter. Ich packe mal die andere Munition rein. Und zwar die 6-9er Munition. Und dann werden wir jetzt mal auf die Bisons gehen. Okay, die sind schon wachsam. Ich hole die Flinte raus und wir... Ja, komm, wir gehen mal ran da. Wir lassen die mal weglaufen und dann gucken wir mal, was wir hier reißen können. Ja, greift mich doch an. Ach, schade, sie greifen nicht an. Sie laufen eher weg. Na gut. Zack. Oh! Direkt umgefallen. Du auch noch. Oh nein, keine Munition mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich die erwischt. Habe ich die im Herz erwischt? Ah, in der Wirbelsäule. Okay, deswegen ist der sofort umgefallen. Sorry dafür. Ach, der erste Eindruck war sensationell von der Flinte, muss man schon sagen. Da haben wir direkt die nächsten. Eigentlich ist das nochmal eine gute Position für die Flinte hier. Komm, dreh dich nochmal. So, mal gucken, wie wir den getroffen haben. Vielleicht ist auch einer aggressiv geworden. Kommt auf uns zu. Oh, der ist sogar aggressiv geworden. Oh, der geht auch gar nicht runter. Was? Haben wir den nicht gut getroffen? Ja, dann müssen wir da nochmal nachhelfen. Hallo? Hallo? Oh! Der steht ja immer noch hier. Was ist denn das hier? So. Okay, der fällt auch um. Ah, der fällt auch um. Gut, gut, gut. Okay, wir müssen mal hier einsammeln. Also, wo ging... Oh, der war zu weit vorne. Okay. Gut, aber der zweite war natürlich nice. Schöner Headshot. Sorry dafür. Den hier haben wir auf jeden Fall gut getroffen. Das müsste der hier vorne sein, der dunkle. So. Da haben wir die Lunge erwischt. Bis zum Herz sind wir nicht vorgedrungen. Die Richtung war eigentlich... Ja, wobei ein bisschen weit oben, ein bisschen weit links. Aber Lungentreffer und relativ schnell gefallen dafür. Und hier haben wir nochmal den anderen. Da haben wir den Magen getroffen. Und danach nochmal den Lungenflügel. Ja, zwei Hits. Also, geht schon ganz gut rein. Die Flinte, muss man schon sagen. Und jetzt will ich auf jeden Fall nochmal die 300er testen. Also, wir laufen jetzt hier einmal zu dem See. Da sind auf jeden Fall auch noch Bisons am Trinken. Und ich will die 300er auch auf alle Fälle nochmal auf die Elche testen. Ich bin ja selbst ein großer Tsurugi-Fan bisher. Aufgrund des Durchschlags und des geringen Rückstoßes. Aber ich glaube, die Asana wird da noch einiges besser sein. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, was hat die an Durchschlag? Ah ja, stimmt. Die hat die ganz normale 42er Durchschlagskraft. Ist ja die gleiche Munition. Aber vor allem auf den Rückstoß bin ich gespannt. Und auf die Schussfolge. So, da hinten haben wir eine ganze Herde. Da werden wir mal rein spazieren. Aber ein bisschen dichter rangehen wir auf jeden Fall. So, jetzt wird es ernst. 150 Meter. Fünf Schuss. Wir gehen rein. Okay, wir haben fünf Schüsse abgegeben. Mal gucken, wie viele am Ende wirklich fallen. Ich habe nicht den Rückstoß-Perk. Ich habe nur vier Schüsse abgegeben, sehe ich gerade. Zählen kann ich auch nicht. Ich habe nicht den Rückstoß-Perk. Der ist schon umgefallen. Heißt, ein bisschen Rückstoß habe ich natürlich noch. Aber der ist extrem gering. Das ist leider das Optische bei mir, was so ein bisschen stört. Ich werde jetzt hier mal noch einfach fünf Schüsse abgeben. Ja, alles klar. Also, Schussreihenfolge. Eieiei, das ist schon wild. Aber der Jagdruck sieht gar nicht so krass aus. Also, ich denke mal, da werden zwei, maximal drei gefallen sein. So, wie es aussieht. Ich glaube aber, ich habe auch teilweise nicht so gut getroffen. Das war aber ein guter Schuss. Das könnte der hier gewesen sein. Jo. Fast sogar noch die zweite Lunge erwischt. Guter Treffer auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, was wir noch erwischt haben. Oh, da vorne liegt noch einer. Ja. Hier haben wir die Doppellunge erwischt. Geht also gut durch. Feldmann, was sagst du? Findest du noch was? Vielleicht waren es auch nur die beiden. Hier ist auf jeden Fall noch Blut. Aber ich nehme an, dass kein weiterer gefallen ist. Also, zwei von vier. Aber zwei waren auch echt nicht gut getroffen, so wie es aussieht. Wobei, geht der noch runter? 50 Prozent? Tja. Der ist jetzt schon eine Weile bei 25 Prozent. Ich nehme an, dass Feldmann gleich sagen wird, er folgt Beute. Oh. Ein aggressiver... Oh, wir haben... Die Pistole haben wir noch nicht getestet. Kommen wir nicht zu nah. Okay, war der nicht so gut? Ja. Hall doch um! Okay, der Elch braucht ein bisschen zum Umfallen. Ja, und das Bison ist leider auch nicht umgefallen. Wie erwartet. Aber der Elch müsste hier irgendwo liegen. Da liegt der Elch. Also auch einen ordentlichen Knall... Hallo? Hä? Ich habe doch das Herz getroffen. Leute, eure Meinung. Herz getroffen oder nicht getroffen? Der ist doch ganz klar drin. Das ist frech. So, aber der zweite Schuss hier. Single-Lunge. Bisschen hoch. Passte aber. Gut, ist natürlich 4 bis 9 die Klasse. Aber der Elch ist trotzdem einigermaßen schnell gefallen, fand ich. Wir standen natürlich auch sehr dicht dran. So, und jetzt will ich mal gucken, ob wir noch irgendwo den einen oder anderen Elch finden. Oder vielleicht auch mal andere Tiere. Ein bisschen kleinere Tiere. Ein Bären. Oder vielleicht auch ein Wolf. Wolf ist ja inzwischen auch Klasse 7 geworden, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Von 6 auf 7 aufgestiegen. Was natürlich absolut falsch ist. Ich habe gerade vor sich zwei Waren nochmal nachgeguckt. Er ist von 5 auf 6 aufgestiegen. Nicht von 6 auf 7. Also so ein kleines Zwischenfazit. Ich muss schon sagen, die 300er. Auch wenn wir jetzt erst hier 4, 5 Schüsse auf Tiere abgegeben haben. Rückstoß ziemlich nice. Man muss sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen an die Bewegung der Waffe. Aber ich glaube für die Leute, denen die Optik egal ist, die rein auf Performance aus sind, für die ist diese neue 300er auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Alternative zu den aktuellen Klasse 9 oder Klasse 7 bis 9 Waffen. Aber ich glaube, die kann in einem Grind, schon so im Elch-Grind gerade oder im Bear-Grind, kann die schon richtig, richtig nice sein. Bei Pistole und Flinte kann ich gar nicht so krass viel sagen, weil die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin gar nicht so oft mit Pistolen und Flinten unterwegs. Es gab ja schon mal eine Einschusspistole, die Huomo heißt sie, glaube ich, mit 2,43er Kaliber. Die habe ich auch nicht oft gespielt. Ist, glaube ich, eine ganz coole Alternative, wenn man einfach mal eine Pistole dabei haben möchte, ein bisschen Gewicht sparen möchte. Und bei der Flinte denke ich, dass gerade die Leute, die gerne mit Flinte jagen, auch hier wieder eine weitere sehr gute Flinte am Start haben. Wir können auch die Flinte hier nochmal auf den Elch ausprobieren. So, getroffen haben sollte ich. Ja, er geht langsam runter. Ich finde auch den Sound der Flinte ganz nice. Also schon eine coole Sache. Gerade auch mit 5 Schuss vielleicht sogar was für mal die Kleintierjagd als Alternative mit dem Vogelschrot. Kann man sicherlich mal gut testen. Mit der Ente vorhin hat der gut geklappt. Gut, jetzt gucken wir aber mal erstmal, wo der Elch denn so hingefallen ist. Oh, da hinten sind Wölfe. Aha, jetzt habe ich die aufgescheucht. Da. Oh, ein Achterwolf. Hit! Ja, guck mal, den haben wir direkt auch nochmal mit der Pistolein mitgegeben. Muss ich gerade mal gucken, dass ich hier die Elchspur nicht verliere. Was mir gerade schon passiert ist. Feldmann, I need you. So, hier ist der Elch. Gucken wir mal. Ah, Muskelmagen, Leber. Ich habe ihn ein bisschen weit hinten getroffen. Okay. I see, I see. Ist noch knapp 100 Meter gelaufen. Ja, aber an sich passt der Flinten-Shot. So, jetzt gucken wir mal nach dem Wolf. Ah, der liegt direkt hier vorne. Der musste jetzt die Pistolenkugel zu spüren bekommen. Ja. Easy Doppelunge aus genau 100 oder fast genau 100 Metern. 102. Schöner Achter. Klasse 6 sehen wir jetzt hier auch. Nice. Ja, guter Shot. Also dafür Pistole natürlich sehr gut. Wenn ihr vor einem Rudel steht, solltet ihr vielleicht nicht die Einschusspistole dabei haben. Aber die hier hat auf jeden Fall ganz gut Wumms. Ihr könnt hier auch die Gewehrvisiere raufschrauben, wie ihr gerade seht. Das ist auch kein Problem. Besser als das Pistolenvisier, was ja nicht eine ganz so hohe Zoomstufe hat. Aber hier unten haben wir nochmal eine Bison-Herde. Wir können nochmal mit der 300er hier rein schallern. Gucken, ob wir hier noch was erwischen. Einmal. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich wieder Puls hier. Ich habe Puls. So, der erste fällt um nach vorne. Ich habe leider einen Zitterfinger hier gerade, habe ich das Gefühl. Schneller Magazinwechsel. Hier ist noch einer. Okay, also Leute. So funktioniert das mit der Salve an fünf Schüssen hier. Ey, ich glaube, wenn man den Rückstoß-Perk hat, dann ist diese Waffe wirklich einfach. Wow. So, ja. Easy Doppel-Lunge. Auch relativ schnell gefallen. Und der hier hat etwas mehr als einen Schuss abbekommen. Nämlich fünf. Ah, okay. Einmal Muskel-Schulterblatt. Nochmal Muskel-Schulterblatt. Leber-Lunge. Irgendwo in Muskel. Wo auch immer. Der Schuss wird nicht mehr angezeigt. Und noch einmal in Lungeflügel. Passt. Da vorne liegt auch noch einer. Lunge und Darm. Ist das alles? Ne, hier ist auch noch ein tödlicher Treffer. Irgendwo muss noch einer liegen. Ah, da vorne. So, der dürfte dann ja auch... Ah, der hat einen Lebertreffer erleiden müssen. Okay. So, aber das war es jetzt, oder Feldmann? Findest du noch eine Blutspur? Ne, sieht nicht so aus. Ich glaube, das passt auch. Da zwei, da zwei, ja. Okay, okay, okay. Ja, also die 300er. Stark, stark. Wirklich stark. Wir können jetzt mit der Pistole nochmal hier aufs Bison gehen. Hat auch eine Nullung von 200 Metern. Das können wir einfach mal testen hier. Zack, rein. Mal gucken, wie lange der jetzt braucht zum Fallen. 25. Ja, das dauert schon ein bisschen, ne? Das geht jetzt nicht schnell. Ja, komm, jetzt mach schon. Da ist er. Ja, hat schon gedauert. Also ich glaube, wenn der wegläuft und nicht aggressiv ist und da rumdümpelt, dann muss man den auch schon noch ordentlich hinterherlaufen. Da sind auch noch welche. Ich muss nochmal die 300er benutzen, ne? Ich kann nicht anders. Boah, das ist echt krass. Also diese Schussfolge ist schon nice. So, hier einmal das Pistolen-Visent. Ja, auch ein bisschen weit oben getroffen. Ja, aber an sich gut. Auf jeden Fall eine gute Alternative auch hier. So, jetzt haben wir nochmal die anderen zwei ein. Also es müssten auf jeden Fall zwei sein. Die habe ich, glaube ich, beide gut getroffen. Ich glaube, ich habe beide auch zweimal getroffen. Ah ja, die liegen sogar hier nebeneinander. Einmal 167,9 und zweimal, ja. Auch Muskeldarm und Lunge. So, was finden wir noch Schönes hier? Also es wäre auf jeden Fall nice, wenn wir hier nochmal so einen Grizzly-Bären finden würden. Auf den hätte ich Bock. Oh, ein Bär! Ich habe natürlich auch keine Caller eingepackt, aber dieser Bär sitzt da eigentlich ganz gut, glaube ich. So, da können wir jetzt nämlich auch die 300er auspacken und mal schauen, was da so geht. Ja, ich würde sagen, das könnte ein Herztreffer gewesen sein. So, was sagt der Shot? Ja, Doppellunge Herz, aber volle Kanne. Richtig, richtig nicer Shot. Der hat nichts geahnt, der Bär. Der wurde völlig überrascht von uns. Also, ich muss ehrlich sagen, das Waffenpack finde ich ziemlich nice. Und, ähm, Flinte und Pistole werden wahrscheinlich nicht so oft von mir gespielt werden, weil ich einfach generell nicht oft Flinte und Pistole spiele. Die 300er aus optischen Gründen eher nicht. Also, für mich persönlich aus den genannten Gründen wahrscheinlich Waffen, die ich nicht so häufig spielen werde. Aber die Waffen an sich von der Performance her schon ziemlich nice. Also, wer Bock auf Abwechslung hat, ist sie genau richtig. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Waffenpack findet. Ob ihr es euch schon geholt habt, ob ihr noch überlegt, ob ihr es gar nicht kaufen wollt. Wenn ja, schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, wieder schauend reingehauen. Euer Nesi. Bye, bye.